Jetzt teilen wir die auf die Gruppe auf. Warten wir, ob wir alle hier sind. Machen wir eine Skirenne? Ja. Ja. Skirenne, oder? Ja. Oder was macht ihr? Eine Abfallreine. Eine Abfallreine. Eine Abfallreine. Gruppe 2. Gruppe 3. 20, 30. Das hat einen Bund hier. Das ist eine logistische Leistung, oder? Ja, das ist noch früh am Morgen. Gell? Also, wir kriegen solche Fähne. Die haben schon Plastik dran. Der Plastik können wir natürlich nicht auf den Boden werfen. Gell? Dann können wir ihn nachher in eurer Abfallreine. So. Jetzt geht ihr gleich mal in die Gruppe von Bergen zusammen. Okay, wir sind eigentlich schon zusammen. Oh, wir sind zusammen. Wir sind zusammen. Hey, dann. So können wir uns. So können wir uns. Muss ihr die Gruppe denn? Oh, jede Gruppe nimmt mal zwei Fähne. Ich bin ein Bündnis. Was machst du an Skirennen? Ja. Oder was macht ihr? Wir gehen Müll sammeln. Nein, wir gehen Paschieren. Nein, wir gehen Paschieren. Schieffahren, gell? Was hat das mit den Fähnen zu tun? Wir wollen zeigen, wieviel Abfall das auf der Strasse hat. Oder auf der Wiese besser gesagt. Und damit man das nachher auch sieht, stecken wir Fähne ein, überall wo wir Abfall aufgeben. Jetzt sollen wir Spannieren. Oh, das ist so gross. Oh my ich bin so gross, aber schieffelt. Ich bin gesprungen. Ich habe auch so gross. Wir machen eine Sagerung. Wir machen der Regale Maschieren. Oh, das ist so gross. Hier ist es so gross. Wir machen die Sagerung. Musik Musik Also mir hat es heute Morgen sehr gut gefallen, es war zwar kalt, aber ich finde es gut, dass wir so viel Dreck halten konnten, aber ich finde es ihnen auch nicht gut, dass dort so viel rumgelegen ist. Mir hat es auch sehr gut gefallen, es war einfach ein bisschen kalt, aber mir hat es auch nicht gefallen, dass wir ganz viele Zigarettenstümmel gefunden haben, also sicher über 300 und wir haben alle Fähne, also das waren etwa 40 oder 50, und wir hatten die in 100 Metern schon alle weg, weil es so viel Abfall hatte. Mir hat es heute Morgen sehr gefallen, einfach, dass es mir nicht gefallen hat, dass so viel Dreck rumgelegen ist und dass wir so viele Fähnchen reinstecken müssen. Und es ist ja auch nicht gut, wenn Abfall auf der Wiese liegt, wenn es Tier essen, dann ist es eigentlich nicht gut für sie. Mir hat es heute Morgen auch sehr gut gefallen, einfach, es ist sehr viel Dreck rumgelegen und es hat sehr viele Zigarettenstümmel gehabt und es ist sehr kalt, sicher. Also ich fand es heute Morgen auch super cool, aber ich hätte mir nicht gedacht, dass wir so viele Fähnchen rechnen müssen, weil es eigentlich viel zu viele waren und das war nicht gleich super. Wir sehen uns, dass wir Xen sehen, dass wir bald wieder so viele Fähne nicht mache. Und wir sehen uns, ja, wir sehen uns, dass wir uns jetzt wiedersehen. Wir sehen uns, wie wir sehen, wir sehen uns, dass wir uns jetzt wiedersehen. Und jetzt sehen uns, wie wir sehen uns? Musik Musik Musik